Moin und da ist immer wieder. Wir sind jetzt stehen geblieben bei der Quest, lass mich kurz mal keine Ahnung was hier guck mal einfach mal. Hoppische André, okay. Alles in der Hand. Okay, da ist das. So können wir quasi eigentlich schon ausgehen weil auch Platten jetzt halt nicht mitnehmen müssen unbedingt, aber wir sind ja hektisch, sind ja postapokalyptisch, also ja ich lebe hier noch irgendwas, weil ich das eine mal schon alles abgesucht hatte, weil wir haben jetzt nur gespeichert und direkt ausgemacht. So, das heißt ich gucke mal wie sieht es aus, eventuell irgendwo. Bohrstation. Ah, hier bin ich ja schon mal gestorben, das ist schon mal richtig. Das haben wir aber nie gehabt. Hier war nichts interessantes. Okay, Spülllappen. Wieso habe ich die nicht mitgenommen? P-Tablet. Ich glaube ich bin einfach weggerannt. Okay. Und dann gucken wir jetzt mal hier unten. Hier unten geht es wahrscheinlich raus dann wieder. Das ist dann Ende. Okay. Ich wollte ja eigentlich Galeria das einfach mal machen, aber das ist dadurch, dass es so schwer ist auf Überleben, ich stehe mal, das wird einfach nichts. Was ist das denn? Die T60, der Power rollt nach einem Kampf. Okay. Der Tag in der war ja quasi klar. Wo ist er denn? Geil. Hier sind er da hingekommen. kannst du direkt bei draußen wo ist mein scheiß hund dieses magikind alter emma's holoband gleich schon bohn später granate molotov klar nehmen wir mit wohl wohl wahrscheinlich kostet mal eingehen weil man nicht da ist ich liebe lade sie quenchen das dauert er überhaupt nicht lange auch mein geschäft ist der lüsch ohne witz das ist gar gar nicht wo ist mein hund die ein hund tot oder was top 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 method ist und das blühen da nach gott das kommt mit wenn ich war gestion der kommt jetzt nicht mit ich hau den eine reihen alter kriegst du in die schelle jugend hallo Ohne Witz Kackt mir hier in die Hose und nenn mich Bernd Alter Schein Gott Eich, 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 Scheiß Türsteuerung, nee, Gott Nein Gut, hab das gemacht, dass ihr wenigstens etwas hinbekommt Eich, 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 Eich Eich Mies Weitere Stehen! scheiß hoden kobold ich das dann noch in er ist wenn er drin was ab wenn er drinnen sicherheitskraft oder sowas ist dann muss da auch was sein doch was hat die noch hier doch was hat die noch hier alter gott verdammte kacke wieder fast oder wenn er uns abgeschossen experte, geil ohne wir fallen hier ohne, ja ist schön, an denen wir aufstehen fanzinkanister leder so gibt das soviel doch keine radioaktivität wie der radewey dringen radewey mir schpritzen da oben war ja auch einen nicht getötet oder oder der dd h nicht was schachkappe scheiß 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 pfff pfff pf 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 ok wo jetzt ja jetzt schnell reise machen auf karte zeigen als falsche polizei das polizeitag ist direkt daneben die zeige wie ist die richtung da oben wenn ein schädel bei einem gegner im namen auftauch heißt dass er ist mehrere über die und schwer im kampf zu besiegen in solchen fällen ist es schlauer wegzulaufen spieler wieder zu kommen wenn du stärker bist ich glaube ich muss auch mal so ein off das auch so ein off-screen level runde machen mit level 13 das ist genau wie mein head of the stereo projekt es ist noch mal weiter geht es einfach nicht mehr ich muss den einfach zu erwähnen und ein klein bisschen zusammenbauen mal gucken wir mal was machen ja sind die wir gehen von einem lade screen in den nächsten screen als dass ich mich direkt reingeschickt hätten nie mein gut an dass dieses wert ist ausgesehen wenn ja ich lasse sie dokumentieren und hier deine bezahlung für eine erfolgreiche rettungsaktion wow 96 wenn du wiederkommst habe ich eine weitere mission für dich dance würde mit mir sprechen sagt mir einfach was du brauchst in ordnung im laufe der jahre hat die bruderschaft einige erkundungsteams in das commonwealth entsandt das letzte team ist vor drei jahren abgebrochen man hörte nie wieder von ihnen offiziell gelten sie als vermisst wahrscheinlich sind sie tot ich soll herausfinden was mit ihnen passiert ist korrekt verschulden wir ihnen wir einspielen bei den hügeln bei morgen und kämme den bereich und lege ein suchmuster fest achte auf notsignale über funk alle erkundungsteams sind mit notrufsendern ausgestattet die in einem kleinen radius positionssignale senden wenn du ein signal umfängst solltest du den ursprung finden können ja auf jeden fall quasi eine idee zweierkugel bitteschön eine zweierkugel du hast deine befehle setz dich in bewegung ach komm halt doch mal die schnauze wenn ich mich nicht leiden kannst komm verpiss dich weil ich fett und hässlich bin ich kann mich auch nicht leiden und lass ich mir das anmerken nö wir müssen euch ein bisschen nö 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 in Oh, 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 oh. So. Ach, kritisch ist es nur, wenn du wirklich die Leiste... Okay. Kritisch ausfällst. Ich kann nicht. Jetzt mal mein Dogmat in Ruhe vielleicht. Bissgesichter. Ich brauch so eine Missile an, Alter. Jetzt. Hier sollen noch welche sein, sagen wir mal kurz. Pizza-Krakete. Und Kurken. Klapps-Klaas. Das ist so weit. Die Karte aktualisiert. Einstelle. Dein Ernst. Die Gara Börste. Quasi äh, nix. Versteck. ok tipptippt ich glaube hier oben gibt es auch ein paar gegner bin mir nicht sicher aber irgendwie ja klar also treibs halt das wäre es warum warum ist der tüt hab ich gerade gesagt warum ist der tüt in tat aus wollen gern karte geschützig auch schon schon keiner wird dann geht es jetzt hier runter nehmen wir direkt noch diese geile schöne aufnahmesequenz mit dann war es das hier auch schon wieder an der stelle mit fallout 4 in dieser folge es geht dann in den nächsten tagen weiter und dann werden wir gucken was hier drin so vor sich geht bedanke mich auf jeden fall wieder fürs zugucken und bis zum nächsten mal